Grüezi, wir sind Jati Schockers. Willkommen zu diesem ersten Video. Wir werden uns heute vorstellen. Ich heiße übrigens Can. Ich heiße Elia und wir sind auf YouTube und wir sind schlecht. Wir sind keine Pros und so, deshalb gibt es keine Livestreams mehr. Ja, ich stelle mich kurz vor, ich spiele Uni-Hockey, bin hier im Sturm. Ich mache Fußball. Ich entschuldige mich übrigens, weil ich Sachen auf Schweizerdeutsch sage. Übrigens, das war es schon, was ich wollte sagen. Abonniert und gebt ein Like da. Danke. Fußball, dort bin ich im Tor. Mein Lieblingsfußballspieler ist Jan Sommer. Ja, ich spiele gerne Theater beim Vater und ich spiele auch gut und gerne Gitarre. Ich bin Elia Midi. Ich wohne mit meinem Bruder in der Schweiz, direkt am Zürichsee. Dort werden wir wahrscheinlich auch einige Videos machen, warten, keine Ahnung, oder bei Spielen und solche Sachen. Aber falls ihr irgendwie Ideen habt für Challenges oder was auch immer, könnt ihr uns in die Kommentare schreiben. Wir werden euch vielleicht was machen. Zu mir, ich bastle sehr gerne. Keine Ahnung, ob man das da hinten sieht, aber das ist eigentlich auch egal. Vielleicht mache ich mal ein Tutorial, keine Ahnung. Ich spiele sehr gerne Theater im Uni-OK. Ich arbeite gerne am Computer. Ich werde auch die Videos, wenn nötig, schneiden. Ich habe übrigens auch das Logo gestaltet von unserem Kanal. Das wird sehr nötig sein, das schneiden. Hast recht. Das hätte der tausendste Take. Wie viel. Und was könnte ich noch sagen? Das wäre alles eigentlich. Wir haben gerne Filme. Er hat vor allem Marvel sehr gerne. Ich habe Jurassic World sehr gerne. Ja. Ich freue mich auf den sechsten Teil. Ja. Er labert nur noch davon. Kommst du mir in den sechsten Teil schauen, bla bla bla. Ich werde dich vielleicht noch in einem oder anderen Video sehen. Ja, das wäre... Der Content. Du hast den Content fast vergessen. Ah! Wir machen Gaming, Reactions, Challenges, Fußball-Challenges, vielleicht mal Uni-OK-Challenges. Tutorials vielleicht. Eben. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt für ein Tutorial habt oder so. Und dann würde ich sagen, das war es halt leider schon von unserem kurzen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da wird das Video länger. Okay. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Cut. Oh nein.